Eine E-Klasse kommt gar nicht zur bayerischen. Doch, es gibt eine bayerische E-Klassenmeisterstadt. Ansonsten noch, wer nicht gefilmt werden möchte vom Stoney, der soll jetzt was sagen. Oder wie das auch immer sagt, immer schweigen. Das heißt, wenn ja jemand was dagegen hat, dann sagt das im Stoney, dann filmt er euch oder eure Partien halt nicht. Wer gerne gefilmt werden will, kann es auch sagen. Für Geld mache ich alles. Nein, ich habe noch nie einen Pfennig verdient. Oder Cent. Oder Cent. Fürs Tüchternes. Ansonsten wünschen wir uns faire Spiele. Der Kaffee wäre auch fertig, wenn einer neuer auf Touren ist. Oh ja. Dann starten wir, oder? Genau. Alles klar. Wir haben ja schon... Und hier bei der E-Klasse Orgas gegen Hämmer. Ich möchte das gleich noch zur Erinnerung. Also bei der E-Klasse ist ja näher die Nebengeplätze. Nicht so viele. Und bei der E-Klasse habe ich jetzt zwei Supergruppen gemacht. Da werden wir einen Kaffee bekommen. Eigentlich bin ich hier da drauf. Aber ich bin noch ein bisschen verschwärtert. Okay. Alles klar. Also halte Vorgang für den Kempel. Und stärken in der E-Klasse. Hämisch in die Gehrei. Den Ort mit den Klammern. Und zweitens. Die Freunde. Die Messer. Besten ersten Rant. Okay. Alles klar. Vielen Dank.